Eigentlich Bin ich gerade ein wenig verwirrt Denn hier komme ich nicht mehr dran Also das kann ich nicht wegschlagen Dann oben eins drüber, genau Ha, jetzt doof Ja, jetzt doof, auch jetzt Und später dann auch Okay Also wird das Dach natürlich Diese Höhe bekommen So Okay, jetzt laufen Wir weiter hier Und baue ich Ich baue erstmal so einen Rahmen Ich weiß, der sieht jetzt nicht sonderlich hübsch aus Mit dem Ich könnte natürlich auch Soll ich es schön machen? Soll ich? Nee, hab ich keine Lust dazu Obwohl doch Lass es uns schön machen Mach einmal schön Sonst ist ja auch doof Dazu brauchen wir Holz Holz und Glas Beides besitzen wir in rauen Mengen Nein, ich weiß nicht Wie viel Glas ich gerade In meiner Besitze habe Aber wir können ja schauen Und ansonsten haben wir Saas Da können wir schnell Glas draus machen Das ist kein Problem Wahrscheinlich ist es fürchterlich rassistisch Als wenn ich als Handwerker spreche Ich dann immer Irgendeinen slavischen Akzent benutze Das tut mir leid Das ist nicht so gemeint Ich bin nur ein alberner Frosch Und deswegen Verändere ich die ganze Zeit Das, was ich sage Hier sollte eigentlich Glas drin sein Da haben wir nur sechs Blöcke Aus dem Grund Schnappen wir jetzt mal ein bisschen Sand. Den hatten wir da. Machen wir mal ein Stack. Machen wir mal ein Steckchen. Ein Deckchen. Machen wir mal schneller. Dann sind wir schneller fertig. 16. Ja, hier. Komm, nicht hängebleiben. Es könnte übrigens wieder passieren, dass ich mitten in der Aufnahme meine Kastatur leer geht, denn die ist nicht schon wieder am Limit. Dann bitte nicht lachen. Oh, so, ihr könnt von mir aus lachen, aber ich werde es ignorieren, wie ein Maden. So. Okay. Ich glaube, es ist noch ein Lachstum. Oka-Sapperlings. Jungel-Sapperlings. Das mit dem Jungel-Sapperling hat ja super funktioniert. Ich glaube, ich hatte noch nicht geschaut, wie man die super groß wachsen lassen kann. Hätte ich vielleicht mal schauen sollen. Aber so ist das. Immer nicht geplant und immer nur planlos stolpern wir von einem Fehler in den nächsten. Oh, und zum Beispiel habe ich auch gar keine überhaupt keinerlei Gerüstung mehr. Dann bauen wir uns mal neue. Ironane Chestpläde. Ein Helmchen. Lord Helmchen. Und Schuhchen. Ich weiß nicht, Schuhe habe ich noch? Ach, keine Ahnung. Ich sehe mal gleich. Iron Leggings. Iron Boots. Iron Chestplate. Iron Helmet. Ironische Leggine. Ich mache mal die Redstone-Torches weg. Die brauche ich gerade tatsächlich gar nicht. Aber so viel Glas brauche ich eigentlich auch nicht. Ich brauche eigentlich nur so viel Glas, wie ich Bäume anpflanzen werde. Damit sollten wir jetzt schon fertig sein. einen Stapel Holz, nämlich einen halben Stapel Holz nehme ich trotzdem mit. Denn wir brauchen ein bisschen Holz für dieses Unterfangen. Ihr werdet gleich den Sinn verstehen. Das ist zwar ein bisschen doppelt gemoppelt, wie ich diese Überdeckungsplattform baue, aber ich finde, irgendwie sieht das so schöner aus. Und wenn man schon so einen Baum, irgendeine Platte in die Gegend hängt, dann kann man das auch einigermaßen ansprechend tun. Ich würde ja schon sagen, dass wir das ansprechend tun können. So. Schluck Wasser. So. So. Und das war jetzt die Höhe genau. Dann bauen wir hier und das Ding da weg. Und schnappen uns das Holz, machen da schön viel Holz draus und das können wir dann hier verbauern. Gut. Mach ich es außen ran? Ne, muss ich nicht. Ich muss eigentlich erst ab hier Holz bauen. und zwar hier ist ein oder mach ich es außenrum? Ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. Ich glaube, wir machen es außenrum. Genau. Machen wir es außenrum. Außenrum. Dann wird es auch leichter, dann nachher zu bauen. Gut gemacht. Sehr gut. Ich bin stolz auf dich. Du Depp. Warte mal, ich komme glaube ich von da besser rauf. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Denn wenn ich hier mich beeile, dann falle ich eh die ganze Zeit runter. Das wollen wir ja auch nicht. Das bringt dann nichts. Also hier kommt ein Bäumchen hin. Deswegen machen wir hier und dann hier um die Ecke. Ecke, Ecke, Patan. Hier sind wir wieder auf Höhe von dem da. Da gehen wir um die Ecke. Und gehen wieder zurück. Und dann haben wir es eigentlich auch schon. Das ist der Außenrahmen und jetzt mache ich dann abwechselnd immer da, wo die Bäume wachsen sollen. Au! Seht ihr, das hat man da vorne. Oh, mein Rücken tut so wie von vielen Autofahren. Und deswegen, habe ich gerade reflexartig die Shift-Taste losgelassen und das führte zu einem schmerzhaften Absturz meines Minecraft-Charakters. Der Schmerzensschrei war also echt. Ich beeile hier. Jetzt war ich nie fertig. Da habe ich gerade irgendwie Främenratten. Nee, die Främenratte ist ganz in Ordnung. Komm mal schneller! Mach halt mal! Du Lahmsack! Komm, du Lahmsack! So, okay. Prima. Da kommt keiner hin. Da kommt zwei hin. Da kommt nix hin. Da kommt nix hin. Oh. Jetzt muss ich, glaube ich, wirklich ganz schnell nach Hause. Ja. Sonst muss ich mich wieder mit Creepern umärgern. Lauf, kleine Mann! Lauf um dein Leben! Als wäre der Teufel selbst hinter dir her. Und da sind schon die Skelette, die ersten, die gespont sind und mir mein Feld kaputt machen. Scheiß, Penner! Sollen das! Hallo, Katze! Was hast du dazu zu sagen zu deiner Verteidigung? Ah, okay, gut. Dann ist ja in Ordnung. Solange alles noch ist, ist immer in Ordnung. Ich muss mich, glaube ich, kurz anders hin setzen. Mir tut so weh, der Rücken. Oh Mann! Ich muss mal mir meinen Rücken kaputt einrenken lassen. So ist das, liebe Leute, wenn man älter wird. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Aha, aha, aha. Hopseln wir hier wieder rauf und bauen schnell das Dach fertig. Und dann können wir die Dinger nämlich auch anpflanzen. Super. Eins, zwei. Eins, zwei. Stimmt das auch immer? Muss gucken. Ja, das stimmt, glaube ich, tatsächlich immer. Ah, hier teleportiert sich gerade wieder ein übereifriges Ledermännchen herum. Gut gemacht. Super. Es ist immer wichtig, dass man zeigt, was man kann. Oder auch nicht in dem Fall. So ist das, wenn man es zu schnell will. Wie so häufig im Leben. In der Ruhe liegt die Kraft. Ne? Ja, an der Stelle können wir, glaube ich, dann gar nicht groß weiterbauen. Hier lasse ich dann, glaube ich, aber einfach lücken. Ähm. Oder? Ja, ich glaube schon. Sonst ist es irgendwie, sonst ist es so Overkill. Eigentlich brauche ich ja nur hier Licht. da scheint da nämlich das Licht durch auf den Zapling. ist eigentlich komplett unnötig, weil der kriegt ja Licht von der Fackel. Aber irgendwie finde ich es schöner. Oder mache ich dann doch die Löcher zu? Komplett. Also diese Platten hier würden eigentlich schon vollkommen ausreichen. Aber. Aber, 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 aber. Ich mache es so, genau. Verbinden wir es einfach so. Eins, zwei. Und dann machen wir da ein Glas hin und machen da eins, zwei. So. Dann haben wir kein so extrem überrobustes Gebälk hier. Ist zwar schon so recht robust, das geht dann aber schon klar. Ne? So schaut es dann einigermaßen brauchbar aus. Leider sind diese, diese Zuchtplantagen sind halt nie sonderlich hübsch. Besonders wenn man diese Dach, wenn man die Abdeckung machen muss, damit die Bäume nicht zu hoch wachsen, dann sind die halt immer nicht ganz so hübsch. Aber den Außenrahmen hätte ich doch, brauche ich doch, den möchte ich doch gerne behalten. Weil da möchte ich nämlich die Stützen hinbauen. Und dann, wenn uns nichts hier auf den Kopf kackt, machen wir hier oben natürlich Fackeln hin. Sonst spawnen hier nämlich Monster. Ihr wisst ja schon, die schönen, lieben, kleinen, braven. Ähm, hm. Dann machen wir hier noch mal eine. So. Das sollte dann eventuell ausreichen an Helligkeit. Ja, ja, das müsste schon, das müsste reichen, genau. Gut. Dann können wir das hier wieder abgraben. Ja, prima, gut gemacht. unser unser amateurhaftes Baugerüst. Gut. Und jetzt nehmen wir nämlich genau das, du voll Depp. Äh, sondern wir bauen uns hier doch ein Stückchen nach oben. Sonst kommen wir nämlich nicht dran. Oh, bitte. Hier vielleicht. Na also, hier geht's. Jetzt hoffe ich nur, dass die Bäume dann nicht beim Wachsen behindert sind. Das wäre ein bisschen doof. Es könnte eventuell sein, dass die davon gestört sind, aber ich hoffe es mal nicht. Ich bin guter Dinge. Nicht gute Hoffnung, denn ich bin ja nicht schwanger. So, jetzt passt aber, oder? Danke. Na also, geht doch. Obwohl, schaut eigentlich, glaube ich, sogar ganz gut aus, wenn wir das so machen. So ein bisschen glaubwürdiger. Oder? Mal gucken. Ja, das schaut gut aus. Das machen wir hier auch. Happy Little Accidents würde Bob Ross sagen. Weiß ich nicht, ob Bob Ross bei euch eine, ob Bob Ross euch ein Begriff ist, aber Bob Ross ist Kult. Nein, das war falsch. Das war ebenfalls noch viel falscher. Machen wir es nochmal andersrum. Zack. Und jetzt da. Genau. Einfache Logik. des Minecraften. Und dann bauen wir uns hier ein Türmchen. Zack. Äh. Äh. Boom. 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 Nein, das war es wieder falsch. Nee, aber es hat geklappt. So. Andere Seite. Zack. 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 So. Okay. Jetzt haben wir gleich unsere kleine Überdachung so wenigstens ansatzweise in die Landschaft gezwirbelt. Und können dann anfangen zu pflanzen. Ah, schön. Super. Das ist ja prima, ne? Wenn wir da schon nicht dran gedacht haben, dass wir hier natürlich noch eine weitere Reihe einziehen müssen. Aber von dem her schlau, dass wir hier besser dann drüber latschen können. Also eigentlich eh gut. nerven. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020